Nach einer Femto-Lasek-Operation hat man ein Fremdkörpergefühl am Auge bis zu sechs Stunden nach dem Eingriff. Die Augen können auch sehr stark tränen. Nach einer Oberflächenbehandlung, wie zum Beispiel nach einer Lasek- oder PRK-Operation, dauern die Schmerzen wesentlich länger an. Das kann bis zu drei Tagen anhalten. Während dieser Zeit wenden sie Tropfen an, um diese Schmerzen zu lindern.